So, nach dem heutigen Tag habe ich mir echt ein Bier verdient wieder mal. Ich bin ja froh, dass nichts großartiges passiert ist, nicht überrascht, dass das Ding einsteckt und ich habe das ja mehr oder weniger da mit diesem blöden Hügel runter, ja geworfen nicht, aber ich weiß ja gar nicht, ich glaube drei oder viermal habe ich es jetzt aufgehoben, wie viel mir umgefallen ist. Ich habe nicht einmal eine großartige Garza gesehen, da steckt einiges an das Motorrad und es funktioniert auch super, aber wenn dann so eine Strecke ist, also wie gesagt, ich konnte da kaum gehen, bin ja da auch ausgerutscht, da braucht man dann wahrscheinlich wirklich ca. 80 oder AX41 Reifen und ordentliche Skills, alles, dass man damit auf Ausstrung raufkommt und ich weiß nicht richtig, ob vielleicht ein bisschen mehr Schwung und sowas gegangen, aber ja, jetzt könnte ich natürlich enttäuscht sein, weil ich schon wieder die RCT-Strecke nicht komplett fertig gefahren bin, aber andererseits bin ich stolz darauf, dass ich da von diesem Hügel wieder weggekommen bin, weil das war echt grenzwertig. Also ich bin natürlich auch jetzt so rücken weh, ich bin erschöpft, ich freue mich aufs Abendessen. Da oben ist mein Zimmer, ist recht voll nett. Die Leute sind nett, ich zahle jetzt 35 Euro mit Frühstück inkludiert und super nettes Zimmer, nette Besitzer. Ja, wir werden schauen, was man morgen geht, vielleicht machen wir einen Tag Pause, weil es eben jetzt doch sehr anstrengend war. Man muss mir überlegen, wie ich weiter tue. Diese RCT-Strecke gilt als mittelschwer. Und es gibt ja noch ein paar, durchschnittlich, es gibt ja noch ein paar Strecken, die sind dann schwer. Und ja, ich meine, es ändert sich halt permanent natürlich. Also, ich kann nicht empfehlen, ACT alleine zu machen. Das ist eine relativ blöde Idee. Und wahrscheinlich werde ich es auch bleiben lassen. Es ist auch ganz anders, wie, ich weiß ich nicht, wenn ich in Georgien in den Seitenteil fahre oder in Tatschikistan, keine Ahnung. Da sind die Straßen besser. Da sind Straßen, das sind wirkliche Verbindungsstraßen. Das ist die einzige Strecke, die in ein Dorf führt. Und die ist meistens in einem Zustand, dass auch ein Lastwagen fahren kann. Und dementsprechend geht es auch immer irgendwie mit einem Motorrad. Aber da, diese Strecken sind halt, ja, da. Aber ich finde die viel schwieriger zu fahren, als diese Seitenschrecken, die ich fahre, wenn ich wirklich auf Fernreisen unterwegs bin. Und wir haben ja die Maja das Motorrad eigentlich für Fernreisen gekauft und nicht jetzt auf TED zu tun oder ACT eigentlich. Obwohl ich weiß, ACT geht auch mit den schweren Geräten. Aber es war irgendwie ein toller Tag. Ich habe die Hitze auch nicht gut wegstecken können, und zwar teilweise zwischen 35 und 37 Grad. Also es ist auch noch dazu gekommen, ich bin nicht froh sein, dass nichts Größeres passiert ist. Außer, dass man die Rücken weh tut und ein paar Prüfungen hat. Und dass ich alles alleine handeln konnte, ohne dass ich Hilfe gebraucht habe. Rohrspeise, Käse, Creme, Rohr... Heute habe ich ein... Wenn Sie Lamm... Wollen... Wunder bitte... Da ist doch... So, Lamm ist auch da mit ein Tochen. Das Brot ist auch echt gut. Endlich gutes Brot. Ich weiß ja, dass es in Griechenland ein gutes Brot gibt. Weil man eh auch heute alle Knochen wehtun. Und das Lamm zu Ende ist. Und heute auch das erste Mal Oso. Das ist ja gleich ein sympathisches Frühstück mit Bergtee, Joghurt und 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 und. Natürlich darf auch ein griechischer Café nicht fehlen. Einen schönen Garten. Nachher werden wir beide daily, wie es nah ist. Wir nehmen die Sonne. Warte, man hat! men... Warte! Spannende? Ich bin hier schon mal... Ich bin hier schon mal nur in der Hause. Ich bin hier auch bei uns jetzt. Ich bin hier mit einer neuen食 prognosen Rücken. Ich bin hier mit einem Rücken. Ich bin hier mit einem Rücken. Ich bin hier mit einem Tag. In der Rücken. Ich bin hier mit einer anderen Knochen. Wie noch mit einem Bingen? Musik 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 Chat Musik Die Kirche ist die Kirche. Ich habe das nicht gedacht, dass ich das nicht gedacht habe. Und wer hätte es gedacht? Heute gibt es noch einmal Lamm, weil das gestern so gut war. Halt ein bisschen anders. Aber ich freue mich schon drauf. Am nächsten Tag hänge es weiter Richtung Süden. Ich wollte ein Zimmer oder Campingplatz in der Nähe von Navpeon finden. Und letztendlich wurde es ein kleiner Campingplatz in der Nähe von Thule. Da sind wir mal wieder. Heute gibt es das klassisches, klassisches Fast Food Essen. Ja, ich habe dort den Kalamari, vielleicht hier ein bisschen mehr. Die sind wie immer tiefgefroren. Das steht auch dabei. Deswegen habe ich Lust der Druck gehabt. Und ich gehört das einfach dazu. Oh, das ist dann so süß. Oh, das ist gut. Bist du bist? Das war's für heute. Das war's für heute. Was natürlich auch immer sein muss, zum Beispiel einmal, ist so flackig und die schauen echt gut aus. Das Ganze ist natürlich mit Aussicht. So, ich glaube, sowas nennt man Klassiker. Jetzt bin ich gerade fertig mit dem Packen. Alle schön fertiggepackt. Der Schlussfeld, denn ich glaube und hoffe, dass der in einer anderen Hose ist, die natürlich jetzt schon wieder verpackt ist. Ich meine, wie dort ist, geht's noch. Wenn ihr das nicht wisst, dann weiß ich nicht. Kann sein, dass es auch noch im Zelt ist. Das war's für heute. 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 das was ich ewig nicht mehr hatte kataifi so schaut das innen aus ohne aber gar nicht so süß wie gedacht noch ein klassiker das war so wie ein musser das war so schön das war so schön Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Coffee time. 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 Coffee time. Coffee time. Coffee time. Untertitelung. BR 2018 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 Die Zelt waren leider riesige Katastrophe für mein Zelt, weil ich jetzt hier schon zwei Matratzen übereinander verwende und was nicht, 250 Euro, wenn ich die habe, mir tut nicht immer noch früher alles weh. Jetzt hoffe ich irgendwie den Luftdruck, der Matratzen besser ist und besser schlafen kann, weil diese schlaflosen Nächte, die machen mich etwas fertig und mich auch ein kleines Drama, weil ich camp ja total gern. Zwei simple, schmackhafte, so flacke, genauso wie ich es wollte. Ein bisschen Fleisch und Bier. Irgendwo brennt es, weil ich jetzt den Pillars zurückkauere. Die Tür verteidigt die Stellen strengt. 5. 6. 22. 22. 24. 14. Das war's für heute. Weine direkt am Meer. Vorspeise holt man sich auf der Karte und die Hauptspeise, da geht man in die Küche und zeigt einem die Gerichte. Da freue ich mich schon, da schaut noch viel Käse aus, genauso wie ich es mag. So, die Hauptspeise schaut auch vielversprechend aus, etwas was man gar nicht so oft kriegt. Auch sehr gut und man schmeckt an den Kartoffeln, wenn es das frisch gemacht ist. Jetzt gibt es noch einen kleinen Nachspeiseteller. Kosten des Hauses. Die Nachspeise ist das unscheinbare Glas. Kein Wasser, sondern Schnaps. So sieht ein Zweifelszimmer in einem Spital in Zipulis in Rechenland aus. Und das ist auch ein deutsches Michelsinki und Zipulis. Noch nicht, weil es das nicht falsch war. So sieht hier aus, dass man die Dasenлег. Alle tue, welche Modellerie, was man nicht mehr erreicht. So sieht man, dass man keinen sozialen, wenn man nicht mehr berechtigt hat. So sieht man, dass ich hier nicht mehr. So sieht man nicht mehr. So sieht man nicht mehr, was man nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.